Unser Sommersale für Sie, wir haben unser Spitzenmodell an Luftkühler, heute für Sie, im Sommersale um 90 Euro runtergesetzt. Sie brauchen den. Wir schauen uns mal eine aktuelle Wetterkarte in Deutschland an. Da sehen wir nämlich, dass es wirklich fast überall im Moment weit über 30 Grad sind. Hier sehen wir es mal, alles was rot, orange, pink ist, ist über 30 Grad und das ist genau jetzt und das ist nicht erst heute so. Das war schon die letzten zwei Wochen so. Wir sind mitten im Sommer, lieben die Sonne, lieben das schöne Wetter, aber wir schwitzen. Alter Vater, bei den Temperaturen 30 Grad und mehr, da ist ja also schon Matthäus am letzten mit unter. Also ich sitze auch in meiner Bude, ja, Südseite, große Fensterfront zum Wohnzimmer rein, da steht den ganzen Tag von morgens halb neun bis abends rein, steht da die Sonne drauf. Wenn ich da morgens schon reinkomme mit dem ersten Kaffee in der Hand, würde ich am liebsten direkt wieder rückwärts raus und genau das... Ins Freibad, ne? Ja, 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 ganz genau. Das Einzige, was da noch helfen kann. Oder man hat so einen schönen Luftkühler zu Hause stehen, wo man ganz einfach mal eben kurz aufs Knöpfchen drückt, entweder am Gerät selber oder über die praktische Fernbedienung und dann dauert es einen kleinen Moment, bis hier die Klappe, die natürlich die Lamellen schützt vor Staub und vor Pollen und so weiter, alles das, was man so aus der Luft eben so kennt, was man definitiv nicht mit dem Wind aufnehmen möchte und dann geht das Ganze los und man hat diese Erfrischung auf Knopfdruck, diese, wie sagen wir mal so schön, angenehm kühle Meeresbrise, so dieser schöne Urlaubsfeeling, ganz einfach per Knopfdruck. Das Schöne ist, solche Geräte haben natürlich jetzt hier, speziell bei diesem hier auf Kundenwunsch auch mal in diesem Anthrazit entwickelt. Ja, das sieht nicht nur fantastisch aus, sondern die haben alle diese Ventilatortechnik mit drin. Sie können das Ganze in drei verschiedenen Stufen einstellen und dann weht Ihnen wahrscheinlich hier schon so eine angenehm kühle Meeresbrise um die Nase, wie den Herrschaften, die hier also die Sommerfreuden, die Urlaubsfreuden genießen. Ich weiß nicht, ob Sie genauso empfinden, wenn Sie im Moment in Ihrem Wintergarten sitzen oder abends um 8 Uhr mal die Tagesschau auf dem Sofa schauen wollen. Ja, dann sitzt du dann da und willst dich gar nicht anlehnen, weil du mit dem Rücken am Sofa kleben hast. Du bist in deinem eigenen Saft. Boah, das ist wirklich, ja. Man ist matschig. Also, wir haben den Sale, 90 Euro runter. Ja. Unser Spitzenmodell ist dieses Jahr schon unser meistverkaufter Luftkühler. Sie müssen schnell sein, einerseits um ihn überhaupt zu bekommen und andererseits diesen unglaublichen Preis zu bekommen. Wir haben ihn heute für 229,99 Euro, regulär 319,99 Euro bei Pearl.de im Katalog, alle unsere anderen Kanäle. Heute sparen Sie 90 Euro bei diesem schicken Luftkühler. Und der hat ein Pelletier-Element sogar, ne? Das ist die neueste Liga der Verdunstungskühler, die wir hier für Sie haben, liebe Zuschauer. Hier nochmal ein Blick auf Pearl.de. Wir haben hier ein sogenanntes Pelletier-Element mit drin. Pelletier-Elemente kennt man auch aus der Industrie, aus verschiedensten Kühlsystemen. Da werden Pelletier-Elemente eingesetzt. Hier haben wir einen Verdunstungsluftkühler, der aus einem Wassertank, der ist hier unten eingebaut, ganz einfach Wasser über einer Wabenstruktur verdunstet. Bevor das aber passiert, wird dieses Wasser, was dann später verdunstet und was dann aufgrund dieser physikalischen Verdunstungskälte, weil man Energie und damit Wärme entzieht, diese angenehm kühle Brise entwickelt. Bevor das passiert, wird das Wasser über das Pelletier-Element geleitet. Und dieses Pelletier-Element im oberen Teil dieses Gerätes eingebaut, sorgt für eine gewisse Vorkühlung, so kann man es umgangssprachlich sagen, um bis zu 8 Grad im Vergleich zur Umgebungstemperatur. Das heißt, das Wasser, was dann später in Form von richtig angenehm gekühlter Luft, weil eben Wärme entzogen wurde, abgegeben wird, das ist hier nochmal um ein Vielfaches von der Kühlleistung verstärkt. Spitzengerät auch mal auf mehrere Meter Entfernung, auch mal für größere Gruppen, für größere Räume, auch mal für einen Wintergarten oder für Wohnungen mit hohen Decken oder vielleicht auch ganz einfach mal aus 3, 4 Meter Entfernung im Schlafzimmer abends mal über den Timer eine halbe Stunde, Stunde laufen lassen, damit man wohlig in den Schlaf reinkommt. Vom Verbrauch her sind wir günstig unterwegs. 160 Watt ist weniger als ein Zehntel der meisten Klimaanlagen. Bei den Strompreisen überlegt man sich ja dreimal, was man alles ein- bzw. ausschaltet. Den kannst du auch mal eine Weile laufen lassen, ohne dass du ein schlechtes Gewissen bekommst. Ein schönes, kraftvolles Gerät, leistungsstark und trotzdem günstig im Unterhalt. Super elegant. Unser Luftkühler mit Peltier-Element hat die Bestellnummer ZX7002, einen Inonisator hat er auch noch. Heute für 90 Euro weniger, für 229,99 Euro für Sie. Aber schnell müssen Sie sein, der Preis gilt zwei Stunden. Also ran ans Telefon, wir wünschen Ihnen einen kühlen Sommer mit unserem Sommersale.